Ich mache mir nicht viel aus Gesellschaft. Willem Dafoe, Sam Neill und Irene Jacob in einem Film des Oscar-Preisträgers Mark Peplow. Eine zufällige Begegnung. Entschuldigen Sie, ist irgendetwas? Eine Flucht aus Liebe. Ich muss von hier fort. Wo ist sie? Sie glauben, Sie können es ja in Jacob, wo ein Mädchen stehen. Ich verspreche, Sie werden es nicht bereuen. Auf die idyllische Insel Samburan. Weil ich bei dir sein wollte. Du solltest versuchen, mich zu lieben. So wie es Menschen tun, die für immer zusammen sein wollen. Das tue ich doch. Doch dieses Mal wird das Paradies zur Hölle auf Erden. Wir sind hinter Ihrem Geld her. Sie sind verrückt. Nach dem Bestseller-Roman von Joseph Conrad. Sie möchten wissen, mit wem Sie es zu tun haben? Die böse Welt, Mr. Heist, kommt Ihnen einen Besuch abstatten. Victory